Äh, würdest du das Gobbel mal weg machen? Äh, ich komme. Goppel, 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 Lalalalalalalala. Lalalalalala. Das ist Sparta. Bleib weg, Goppel. Sonst zünd' ich dich an. Los, zünd' es an. Es hat es nicht verdient zu leben. Scheißviecher. Ja. Schön, die ersten zwei Büchte sind schon vergammelt. Oh ja, geil. Wir haben auch so wenig Scheiß, um sie wieder frisch zu machen. Ui! Sag mal, haben wir eigentlich jemals dieses suspicious Dirtpeel verfolgt? Nein, haben wir nie. Hatten wir schon so oft vor, haben es aber nie gemacht. Ja, Gobble, ich sehe... Verpiss dich, ich sehe, was du da tust. Ich sehe, ich sehe ja alles. Sag mal, hat deine Mutter auch immer gesagt... Ähm... Warte. Wie war das? Ähm... Versuch's erst gar nicht. Erst, ich kann durch Wände gucken. Ich bin eine Mama, ich kann das. Oder irgend sowas. Ich bin Mama, ich kann das. Versuch's erst gar nicht. Weil das hat meine Mama aufgebracht. Und ich habe wirklich gedacht, dass Mama durch Wände gucken kann. Dann war ich immer voll das brave Baby. hatte Angst an... Hatte Angst an... ...Anschiss zu kriegen wegen irgendwas. Ja. Du hast heimlich Süßigkeiten gegessen und dann dachtest du... Nein, meine Mama sind nicht. Ja, genau. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Ich war ein doofes Kind. Oh, nein. Ich meine, ich habe mit einer Freundin zusammen mit einem Hammer ein Fenster in so ein Gartenhäuschen reingehauen, weil wir uns dachten, hey, in der Tür fehlt ein Fenster. Wow, ihr seid voll kreativ. Ja. Klar. Gab auch kaum Anschiss. Nee. Flatsch. Goppel, 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 goppel. Äh, hast du noch Monster-Meat? Nein, ich hab alles aufgehängt. Gut. Dann hänge ich hier mal ein paar Häschen auf. Hänge sie auf, ganz hardcore. So. Ich muss den Maulwurf wieder mal füttern. Den Maulwurf? Den Maulwurf füttern. Ach, wie war das nochmal mit dem blöden Hut? Ich gucke gerade mal. Für den Hut brauchst du sechs Spinnenfäden. Glaub ich. Ich mein, es waren sechs. Na, ich hab auch einen Schatz, eins. Und zwei Maulwurfen. Ach, für die Hüte. Ach, ich hab gedacht, für den, für den anderen. Ja. Ich hab gedacht, für diesen Zylinder. Für den, für den. Für den. You know? Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Aber ja! Aber nein! Lass zu fritzen! Aber ja, aber nein, aber ja aber nein! Ahler. Ja, dass hat sie ihn geschliesig gemacht worden? Ahm ja! So, das war esperar! Das hast du schön gesagt. Ah, Taku! Komm her, du scheiß Gobbel! Erwische ich den überhaupt, oder rennt er vorher weg? Er rennt, glaube ich, vorher weg. Er ist ein bisschen schneller als du. Verdammte Scheiße. Next time, try harder. Tonight is coming! I must be prepared. Oder auch nicht. Miep. Oh, jetzt wieder den Abend hier rumchillen. Oh, das ist so lame. Leise. Oh, langweilig. Nein, ich glaube, das gab nichts Gutes, wenn ich das da reinmache. Ich habe noch zwei Steine, die ich an den Maulwurf verfüttern kann. Noch ganze zwei. Wow. Wow. Hier sind auch noch so ein paar Hasenlöcher. Ich glaube, ich brauche ich noch ein paar Fallen. Dann haben wir bald wieder hier eine Fleischflut. Mich schön. Oh, die Nacht ist immer so langweilig. Das sage ich dann nicht mehr, wenn dann nachts die Hundis kommen. Ja. Die Nacht ist voll scheiße. Nacht geht schneller rum. Oder wenn uns nachts im Winter wieder Hilfe hat besucht. Und frag nicht nach Sonnenschein. Hebert mag keinen Sonnenschein. Nee. Du hast Sonne. Ja, und sein großes Auge, sein biomisches Auge, mit dem er alles sieht. Ja. Ja, er sieht alles. Alles. Hilbert kann durch Wände gucken. Ja, ich glaube, er kann durch Wände gucken. Welche Wände? Die Wände, die er meistens zerstört. Deswegen kann er auch durchgucken. Ich fress jetzt Eiswaffeln. Ohne Eis. Hände. Hände von... Eine. Verpässt dich. Hände von eine. Hände, Hände. Eine. Ich habe etwas für dich. Ich habe dich angesamt. Oh mein Gott. Ah, ich müsste vielleicht mal was essen. Esen. Ich muss was essen. Esen. Ähm. Ich muss was da. Gut. Gegessen. Oh, Willow. Öffne. Danke. Aha, da ist ein Hase in der Falle. Ja, da. Irgendwie haben wir das ziemlich lange nicht mehr hingekriegt, viel zu viel Essen zu produzieren. Mhm. Irgendwie ist es in letzter Zeit ziemlich passend oder sogar zu knapp. Ja. Was mich ziemlich wundert eigentlich. Mhm. Vielleicht haben wir zu wenig Felder und zu wenig Hochzöpfen. Ähm. Ja, bestimmt. Jetzt haben wir eins mehr. Eins fällt mehr. Eins fällt mehr. Vielleicht sollte ich sie auch mal bepflanzen, Idiot. Ja. Ja, ja. Es wäre so eine Option. Ich laufe die ganze Zeit runden bei den Häschen. Hasenrunden. Häsensrunden. Hackenschlagen. Häschen. Höh, Leute. Mich hat irgendwas auf Skype angeschrieben. Irgendwas. Irgendwas. Ja, stell dir vor, irgendwas. Das checke ich jetzt mal. Ah, da wäre der Oregon. Da wäre der Oregon. Ich glaube, der braucht wieder so... Notice-Me-Senpai-Momente. Ja, Senpai-Notes-Me. Äh. Hm. Ich notice ihn immer. Immer. Wie schön. Übrigens, hatte ich dir eigentlich erzählt, dass ich mit Oregon ein neues Projekt auch aufgenommen habe, beziehungsweise dabei bin. Ja, deswegen ist deine Cam auch da. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß schon Bescheid. Ich bin über alles informiert. Ja, da. Okay, dann mache ich jetzt schon mal Werbung. Abonniert Oregon. Da bin ich nämlich dann später in einem Let's Play mit dabei und das wird ziemlich lustig. Ich sage so, ich... Mangelnde Kommunikation, sage ich da nur. Wundervoll. Ja, wir sind sehr wundervolle Menschen. Und müssen wundervolle Dinge tun. So, das Loch nervt und das Loch hier nervt auch. Weg damit. Wieder hart essen am Brot-Uter-Zieren. Brot-Uter-Zieren. Ja. Brot-Uter-Zieren. Ich hasse Brot. Brot-Uter. Ich hasse Brot, aber Uter ist okay. Das ist voll Hashtag Ghoul. So. Oh Gott, ey. Ja. Ja, das Internet flasht mal wieder viel zu viel. Mhm. Ah! Das Flasht ist endlich fertig. Das Flasht ist fertig, ja! Das heißt, ich kann Neues aufhängen. Oh, das Essen sammeln und farben ist immer so super. Das ist so spannend. Wir haben noch Platz für ein weiteres Fleisch. Na, wer möchte dem Platz? Wer bietet mehr? Sagen Sie zu, jetzt oder nie. Soll ich dich an den Füßen dran aufhängen, oder was? Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Mühen Sie sich, Mr. Krabs! Boah, sollen wir irgendwann mal einen Spongebob-Marathon machen? Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Aber nur die alten folgen. Weil die neuen scheiße sind. Ja. Auch wenn man die alten alle mitreden kann, das ist egal. Das ist egal. Alle. So. Das ist wie mit den Digimon-Folgen. Man kann auch alle mitsprechen. Alle. Aber nur die aus der ersten und ein paar aus der zweiten. Ja. Der Rest wird dann schon kritisch. Ja. Die dritte war okay, aber der Rest war so richtig so... Ja, meh. 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 Oh, was kann man denn noch mitsprechen? So, größtenteils. Also, ich kann zum Beispiel viele Folgen von Heidi schon fast mitreden. Nee, scheiße, das habe ich nie geguckt. Ich fand es auch wieder als Kind. Heidi war super. Ich fand das doof. Ich fand Heidi immer super. Ich habe das nie geguckt, nein. Genauso wie ich Benjamin Blümchen immer scheiße fand. Benjamin Blümchen ist auch zu Recht scheiße. Dafür aber Bibi Blocksberg. Die ist cool. Ich habe die nie geguckt oder so. Was? Auch nicht. Aber Bibi Blocksberg war viel cooler. Das war eine Hexe. Ja, aber... Nee. Gesundheit! Meine Mama hat gerade genießt. Ja. Und meint Mama dann noch so, danke. Wundervoll. Das hat man aber nicht gehört. Ja, das war auch relativ leise. Besonders, weil irgendwie zwei Türen dazwischen sind. Sehr schön. Ja. Stell dir vor. Oh, oh, oh. Wir haben jetzt schon zwei Balken Nacht. Was haben wir? Schon zwei Balken Nacht auf der Uhr. Oh. Vorher war es immer nur eine. Wundervoll. Ja, das heißt, der Frühling geht bald rum. Oder ist bald rum. Du wolltest schon, dass wir Herbst haben? Äh, meine ich ja. Herbst. Auf jeden Fall die Jahreszeit, die hier gerade ist. Herbst. 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 Wir müssen Chester finden, bevor der Winter anbricht. Das wollte ich gucken. Hier waren, genau. Da war noch ein angebrochenes Deck drin. Also, ich denke mal, erfrieren werden wir nicht. Also, so, ähm, verbrennen holzmäßig. Verbrennen holzmäßig? Ja. Ja, stell dich mit ins Feuer. Ist okay. Ich brenne für dich. Oh, Gott. Ja, ja, I can't stop falling for you. Ja, ja. Oder wie Natsu sagen würde, ich brenne schon richtig drauf. Oh, I'm all fired up. Ja, ja, der gute Natsu. Ähm. Was ist so... Ich bin immer noch nicht begeistert von den neuen Kapiteln. Ich kann leider wirklich immer noch nicht mitreden. Besonders, weil ich von, äh, Tommy jetzt auch nicht sonderlich viel gespoilert wurde. In der letzten Zeit. Ja, ich, ich, ich fix durch Tumblr mit was auf meinem Dashboard passiert, aber lesen es mich momentan auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich fand, ich fand die alten Kapitel irgendwie sehr viel schöner. Hm. Es könnte auch dieser ganz extreme Fanservice sein, der mich... so stört. Ups. Das, das kann sein. Das ist es auch wahrscheinlich. Ja. Gesagt, ich habe nichts, ich habe absolut nichts dagegen, wenn es mich so hardcore überhandnimmt. Ähm, sollen wir dann noch ein bisschen expeditieren gehen? Ja. Okay, dann let's go. Mh. Ich habe etwas getrunken. Nom nom. Nom 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 nom. Nimm dir was zu essen mit. Ja, das, das hatte ich vor. Schmied, wolltest. Nimm die noch mit. Ich habe auch schon drei. Okay. Gut. Let's go. Döhm, 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 döhm. Ähm, ähm. Wollen wir dann mal da so nach links gehen? Den Weg entlang und dann nach links? Ich habe jetzt eher gedacht, wir gehen nach rechts runter, so Richtung diesem schönen Biom. Das ist nicht so groß, da bin ich schon lange gelaufen. Oh, okay. Ja, dann können wir nach links gehen. Hi. Hi. Na, öfters hier. Äh. Alter. Schön, dass wir alle mitten auf dem Weg wachsen. Ja, ich glaube, ich habe die dahin gepflanzt. Das hast gut gemacht. Nicht. Mhm. Ich bin ein guter Förster. So. Oben, unten, links, rechts, querwärts. Scheinbar nach oben. Oben oben. Oben oben. Ich glaube, das führt im Kreis. Das kann gut sein. Dann lass uns mal irgendwo einen Rand suchen oder so. Indem wir uns orientieren können. Rand gefunden. Ich meine, so die Mitte ausfüllen müssen wir jetzt noch nicht unbedingt. Nein, das ist irgendwann später. Oh Gott, böse Bärken. Oh, sie werden uns töten. Ja. Professor Birk, bist du's? Oh, please. Ich habe so einen Badewanenstöpsel gefunden. Na, oh. Da freut sich der Schweinekönig wieder. Ja, ich glaube auch. Oh, ganz viele selbst die mir rollen. Woo. Oh, ich habe noch mehr Sachen gefunden für den Schweinekönig. Du hast die Samen genommen, okay. Yay. Wollen wir so'n Ding mal folgen, wenn jetzt hier schon so eins rumliegt? Aber ich glaube, wir können das noch nicht töten, weil das hat so'n bisschen viel KP. Egal. Diesen Weg Richtung. Einfach mal folgen, dass wir's schon auf der Map haben. Ja. Ich glaube, das bleibt da ein Weilchen. Äh, hallo? Ich hab's gefunden. Das weicht ja dann ganz schön ab. Wo bist du? Ah, da ist das Nächste. Hier unten. Hier unten. Stoppou. Hier. Diesen Weg Richtung. Da. Weiter nach da. Okay. Ich fühl mich wie so'n Pfadfinder. Okay, hoch. Da ist es! Warte noch. Ich find you. I find you. Okay. Aha! Hallo! Es rennt weg, aber sobald man schlägt, dann wird's aggro. Glaub ich. Ja, genau, alles Wir müssen es irgendwo in die Enge treiben Dann können wir es besser verprügeln Komm schon Äh, verdammt Irgendwie ist das Ding schon echt süß, ne? Ja Bleib steh, du Stück Scheiße Ich versuche, hinten den Weg abzuschneiden Jog, 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 jog Ah, ihr verschw- Quer über die Karte Hä? Quer über die Karte Yay Ihr verschwindet bald aus meinem Sichtfeld Es läuft nach oben, es läuft nach links Ah, ich hab's nicht gekriegt